Die Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1925 26. gewann der FC Bayern München. Für die Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft 1925 26. qualifizierten sich zudem Wiesemeister SPVGG, Fürth sowie der Entrunden dritte FSV Frankfurt. Der FC Bayern scheiterte dort bereits im Achtelfinale, der FSV Frankfurt im Viertelfinale. Die SPVGG Fürth konnte sich bis ins Finale vorkämpfen, besiegte dort Hertha BSC und wurde zum zweiten Mal nach 1914 deutscher Fußballmeister. Bezirksklassen In die obersten Spielklassen Süddeutschlands waren in dieser Spielzeit 40 Mannschaften in fünf Bezirksligen eingeteilt. Für die Endrunde um die Süddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich die fünf Staffelmeister sowie der Pokalsieger des Vorjahres. Da die Ligen zur Saison Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1926 27. auf zehn Mannschaften aufgestockt wurden, gab es vergleichsweise wenige Absteiger. Mein AB auf Grundpunktgleichheit wurde ein Entscheidungsspiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem FC Hanau 93 um die Bezirksmeisterschaft. Ausgetragen Ausgetragen Dass der FSV in Mannheim mit 2 zu 1 gewann. Der FC Helvetia 1902 Bockenheim und der zweite der Aufstiegsrunde VFR 1901 Frankfurt fusionierten zum SC Rot-Weiß Frankfurt. Rhein-Rhein-Hessen sah Württemberg-Baden-Bayern Endrunde um die Süddeutsche Meisterschaft. In der Endrunde spielten die Meister der fünf Bezirksligen sowie der süddeutsche Pokalsieger des Vorjahres, die SPVGG. Führt in einer Doppelrunde den Süddeutschen Meister aus. Führt in einer Doppelrunde den Süddeutschen Meister aus.